ja und hallo willkommen bei mortau heute mal wieder horde dieselbe map wie beim letzten mal auch und ja hier hoffe ich mir mal dass die leistung meines computers ausreichen wird um ein einigermaßen vernünftiges gameplay zu ermöglichen wow ihr habt noch nicht mein hammer gefunden hacke ich bin gerade eh nichts besseres so wo es meine mitspiele eigentlich da mein mitspieler gegen bots dürfte es für mich funktionieren hoffe ich mal die hacke hat keinen alternativen modus kein problem ich hoffe ich kriege auch noch was ab hallo auf jeden Fall ich kann schon mal blocken ich habe eine Waffe sehr gut hey wow wow okay schwere brust okay so fünf sekunden wie sieht es aus mit dem ping sehr gut 48 witzig so wo sind die aha aha das ist lol aha okay okay das ist wirklich die leistung weil selbst so flüssig war es noch nie also ich meine im offline wo ich einfach gegen bots alles so gemacht habe selbst da war es flüssiger ich möchte nichts versprechen aber ich möchte schon mal vorab wahren dass es gut sein kann dass ich das jetzt play vielleicht von mortau pausieren werde bis ich sag mal ich würde sogar behaupten ich eine bessere ich sag mal aktualisierte ach man eine moderne etwas modernere leistung habe guten tag wie die die 8 it 5 genau wie sie da Oh, der Morgenstand, woher? Ein Degen? Könnte ich ein Degen nehmen? Na, ich bleib mal bei der Stangenwaffe. Und bei einem Gruppenmitglied. Alter! David, das gibt's doch nicht. Bleib weg von mir! Nein! Nein! Ach komm, gegen Bots! Wirklich! Ja! Er sinkt, also, ja. Oh, nee, gegen... Oh, okay. Ich nutze die Chance und schaue mich mal ein bisschen um. Ja, so, hallo. Äh... Es gab eine kleine Unterbrechung und wohl eher Zwischenstörung, aber... Ja. Ich glaube, zwei Runden sind jetzt vorbei. Oh! Und hier sehe ich gute Waffen. Oh, ja! Komm her, du! Äh... Jetzt habe ich 100... Aha! Sehr gut! Nein, okay. Nein, 15... Oh, ja, ja, ja... Ja! 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 Guck mal... Ich krieg den Schild nicht klein... Nein! 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 Lock doch mal! Ja, das war knapp. Boah. Okay, Schilder sind echt krass. S-Tog. Oh, das ist eine gute Waffe. Sollte ich mir merken, S-Tog 250 liegt hier, okay. Das hier. Hippe. Oh. Ah, nein, nein, 250, nein. Okay, ich spare mal auf den S-Tog. Das ist eine gute Stichwaffe. Bandage. Das ist, glaube ich, ganz gut zu haben. Hey. Hey, hör auf. Hör auf. Ich spare auch schon. Oh, warte mal. Cool. Ja, die schmeißen. Nein. Die schießen oder so. Hey. Nein. Nein. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Das schmeißt der mit Äxten auf mich. Ach nee, das ist ein Bogenschütze. Toll. Toll. Oh. Klingt dafür vielleicht auch noch nicht mal Gold. Wie viele leben noch? Zwei. Drei. Vier. Drei. Okay. Okay. Spare. ich lege großschwert das ding brauche ich vergiss den s-talk ich brauche einen großschwert wer ist das gerade? K.O. 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 mhm mhm nur 75 nicht gut Es geht um zu 60. Ah, ich schwitze. Nein! Nein! Ach komm von... Ah, so, ganz schön blöd, denn Farbe ist... Die große Seite hier, genau. Ah, Cole ist alleine. Diese Bots sind weniger aufdringlich als die, wenn man selbst ein lokales Match macht. Und hier Bots aktiviert... Oh nein! Bots aktiviert... Ah, gut. Das war diese Runde. Ich würde sagen, ich bleibe einfach mal drinnen. Und mache mit der nächsten Runde weiter. Mal gucken, wie viel ich jetzt aufgenommen habe. Ich habe vergessen mir den Timer zu stellen. 19 Minuten, ich würde sagen, das reicht. Und bis zur nächsten Folge. Und bis zur nächsten Folge. Und bis zur nächsten Folge.